Deutschlandfunk. Kalenderblatt. 9. Oktober 1970. Heute vor 50 Jahren starb Jean Giornaud. Hören Sie über den französischen Schriftsteller einen Beitrag von Björn Stüben. In den Bergen bin ich zu Hause. Ich mag das Meer nicht, es ist mir zuwider. In Manosk mache ich immer Spaziergänge nach Osten, um zu erleben, wie die Hügel plötzlich den Blick freigeben und im Tal der Durance die große blaue Opalschale auftaucht, in der sich die Alpen wie riesige Zuckerwürfel aufeinander türmen. Fast sein ganzes Leben verbrachte der französische Schriftsteller Jean Giornaud in Manosk im Departement Alpes de Haute-Provence, wo er 1895 in ärmlichen Verhältnissen geboren wurde. In der Hochprovence spielen alle seine Romane, die er seit 1929 verfasste, nachdem er seinen Posten als Bankangestellter gekündigt hatte, um sich ganz dem Schreiben zu widmen. Sein erster Roman »Hügel« erschien als Auftakt zu seiner sogenannten Pan-Trilogie. In den Mittelpunkt stellte er, wofür der Hirtengott Pan in der Antike zuständig war. Die Natur mit ihren Wäldern, Wiesen, Gebirgen und Flüssen, ihren Tages- und Jahreszeiten. Bei Giornaud erscheint sie rau und unberechenbar, aber auch idyllisch und friedlich. Ich verarbeite nicht die Wirklichkeit. Sie behindert mich. Doch ich brauche sie, um Geschichten und Figuren zu erfinden. Sprachgewaltig erzählt er in seinem 1934 erschienenen Roman »Das Lied der Welt« die dramatischen Abenteuer des wilden Naturburschen Antonio, der erst neben seiner Angebeteten, der blinden Clara zur Ruhe kommt. Giornaud strukturierte diese Geschichte mit an metaphernreichen Schilderungen der Jahreszeiten vor der grandiosen Kulisse der Hochprovence. »Der Regen jagte welke Blätter über den Weg. Das ernste Lied der Tannen mit ihren dunklen Gängen, in denen es bei jedem Windstoß hallte. Das Glucksen der Quellen, die in den Wiesen aufbrachen. Der Bächlein, die mit langen, funkelnden Zungen nach dem Grase leckten. Alles war öde und Verlassenheit. Der Regen fiel schwer und gleichmäßig.« In all seinen Romanen räumt Giornaud der Natur seiner Kindheit den größten Raum ein. Denn der Erste Weltkrieg, den er als Soldat in Verdun durch- und überlebt hatte, bedeutete für ihn Trauma und Desillusion. So entwarf er 1935 in »Bleib meine Freude« das Bild des einfachen naturverbundenen Landlebens in Gemeinschaft, das bei seiner Leserschaft gut ankam, wie sich Giornauds enger Freund Henri Flouchère später erinnerte. Giornaud erhielt viel Besuch gegen Ende der 30er Jahre. Denn er war zur Berühmtheit gelangt, hatte viele Bücher geschrieben, die vor allem auch jungen Leuten gefielen. Er hatte großen Respekt vor dem Individuum. Vor allem aber hasste er den Krieg. Er war erklärter Pazifist und verabscheute die Misere und das Leid, das der Krieg hervorbringt. Hierfür wurden er und seine Werke verehrt. Giornauds Anhängerschaft traf sich in dem kleinen Bergdorf Le Contadour. Doch mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs fanden die Treffen ein jähes Ende. Jetzt sollten es das Vichy-Regime und vor allem die deutschen Besatzer sein, die Giornauds Werke in höchsten Tönen lobten. Aus dem Blickwinkel der Blut- und Bodenideologie der Nationalsozialisten wurden sie als Hymne an bäuerliche Lebensformen interpretiert und instrumentalisiert. Giornaud erkannte das, wehrte sich jedoch nie direkt dagegen. 1944 wurde er der Kollaboration bezichtigt und erhielt bis 1947 Publikationsverbot. 1952 erschien sein Meisterwerk »Der Husar auf dem Dach«, in dem Giornaud die Cholera-Epidemie in Manosk von 1832 thematisierte. Die Dorfbewohner sehen in Angelo Pardi, dem fremden Husaren aus Piemont, den Brunnenvergifter. Um dem Hass und der Panik der Bevölkerung zu entkommen, flüchtet er sich auf die Dächer der Stadt. Die Cholera wird durch das Wort übertragen, durch Angst. Unsere heutige Welt ist von Angst geprägt. Und es ist genau diese Welt, die Angelo symbolisch erlebt. Ob sich das Abenteuer 1832 abspielt oder 1952, für mich ist es exakt das Gleiche. Erstmals bezog sich Giornaud hier direkt auf die Gegenwart. Der historische Cholera-Ausbruch in der Provence stand als Sinnbild für die Angst der Bevölkerung während des Kalten Krieges. Der Husar wurde Jean Giornaud's berühmtestes Werk und machte ihn zu einem der wichtigsten französischen Autoren des 20. Jahrhunderts. Am 9. Oktober 1970 starb der Vergil der Provence, wie André Gide ihn nannte, dort, wo er 75 Jahre zuvor geboren worden war, in der von Lavendelfeldern umgebenen Kleinstadt Manosk. Untertitelung des ZDF für funk, 2017